Hey Leute, ich bin's, MacPaperic. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie man hier das Schloss von einer Zimmertür austauscht. Im ersten Schritt lösen wir hier diese Schraube, meistens ist das eine Imbusschraube, deshalb nehmen wir da einen Imbusschlüssel und drehen diese einfach heraus. Dann können wir auch schon das Griffstück abziehen. Auch hier können wir das Griffstück abziehen und anschließend hier diese beiden Schrauben lösen. Anschließend können wir jetzt das Schloss ausbauen, einfach mit dem Schraubendreher hier rein und nach rechts drücken und schon kommt hier dann das Schloss heraus. Das neue Schloss schieben wir jetzt einfach hier in den Schacht rein. Wir schrauben die Schrauben wieder dran. Montieren wieder das Griffstück. Und fertig. Ja, ich hoffe dieses Video hat euch geholfen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wer mag, kann mich gerne hier kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sag bis zum nächsten Mal. Euer MacPaperic. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.